Unter Freunden war das Motto des 9. Tübinger Bücherfests, zu dem die Stadt jetzt eingeladen hatte. Literatur inszenieren, das war die Intention von Veranstaltern und Teilnehmern. An historischen und ungewöhnlichen Orten wurde gelesen, diskutiert und gespielt. Auf rund 100 Veranstaltungen inszenierten ganz neue, ebenso wie sehr bekannte Autorinnen und Autoren fantasievolle Romane, spannende Krimis, abgründige Lyrik und schwäbische Literatur und machten die Stadt zur Kulisse für literarische Abenteuer.